Die Geschichte von Frauen ist im öffentlichen Raum viel weniger sichtbar als die von Männern. Von 516 Strassen und Plätze in Zürich, die nach prominenten Personen benannt sind, sind 87% berühmten Männer gewidmet und nur 13% konkreten historischen Frauen. Aber warum ist das so? Jahrhundertelang werden hauptsächlich Männer und ihre Heldentaten geirrt. In Zürich erinnern die meisten Denkmäler, die im 19. und 20. Jahrhundert errichtet wurden, an grosse Männer wie Alfred Escher, Hans Waldmann oder Johann Heinrich Pestalozzi. Frauenstatuen sind entweder namenlose Figuren wie die sitzenden, Allegorien wie die Mässigkeit oder Legenden wie die Wehrhafte. Sie stehen nicht für eine konkrete Frau, sondern für das Ehrewertenverhalten von Frauen ganz allgemein. Der Blick auf die Stadtgeschichte zeigt aber, dass Frauen schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Äbtissinnen von Frau Münster beispielsweise sind im 13. Jahrhundert die Stadtherrinnen von Zürich. So lässt die Äbtissin Elisabeth von Wetziken in dieser Zeit den Münsterplatz für herrschaftliche Empfänge umgestalten. Nur an die letzte Äbtissin Katharina von Zimmern erinnert bis jetzt ein Denkmal. Weil sie während der Reformationsfrau Münster der Stadt übergeben hat, soll sie einen Bürgerkrieg verhindert haben. In der darauf folgenden Zeit werden Frauen gezielt aus der Öffentlichkeit in den Haushalt gedrängt und auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter verwiesen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts kämpfen Frauen um politische und gesellschaftliche Mitbestimmung und Bildung. Die ersten Frauen studieren an den Universitäten. Die Politikerin Rosa Bloch stellt am Landesstreik soziale Forderungen an den Kantonsrat. Bei der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit 1928 kritisieren die Frauen mit dem Stimmrechtsschneck das Langsame vorwärtskommen bei der Gleichstellung. Die 68er-Bewegung verlangt nicht nur politische Beteiligung, sondern Gleichberechtigung. Die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts 1971 ist ein wichtiger Schritt. Aber der Frauenstreik 1991 zeigt auch, dass die tatsächliche Gleichberechtigung noch nicht erreicht ist. Und die Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum? In den 60er-Jahren fordern junge Frauen nebst der politischen Partizipation mit Strassenaktionen auch mehr Platz im Stadtraum. In der Kunstausstellung «Frauen sehen Frauen» 1975 im Strauhof erfindet Pizze Kuriger eigene Frauenbiografien für Strassen mit beliebigen weiblichen Vornehmen. Die Gesellschaft zu Frau Münster ehrt jedes Jahr am 6.00 Uhr eine historische Frau und macht mit einer Gedenktafel auf die wichtige Persönlichkeit aufmerksam. Auch am Frauenstreik 2019 werden mehr nach Frauen benennte Strassen und Plätze verlangt. Mit Erfolg! Neu gibt es das Mari-Bürkli-Egg, die Mentona-Moser-Anlage und den Emilie-Lieber-Herrplatz. Und 2021 werden acht Strassen mit Frauenvornehmen nachträglich gleichnamigen weiblichen Persönlichkeiten gewidmet. Der Frauenstattraumgang Zürich macht mit seinen Rundgängen Frauengeschichten sichtbar und schafft neue Erinnerungsorte. Es gibt noch viel zu entdecken. Die Brille sind an uns mit einer Gedenktafel in der Form von der Art von der Fröge und der Gedenktafel. Die Brille sind noch zum Abfall von der Gedenktafel. Die Brille sind auch zu rege-Eggen, die Brille ist etwas zu entdecken. Untertitelung des ZDF, 2020